Ich habe Ihnen ja schon versprochen, dass wir über die Prinzipien sprechen, die ABA-Prinzipien. Und dazu schlagen Sie bitte Seite 7 im Arbeitsheft auf. Da geht es um das ABC-Paradigma. Das ist etwas, was es im Leben gibt und bildet Kategorien für Interaktionen. Jede Interaktion zwischen Ihnen und der Umwelt oder zwischen Ihrem Kind und seiner Umwelt kann man in drei verschiedene Kategorien aufteilen. Die erste nennen wir Antezedenz. Die Antezedenz ist ein Zustand und beschreibt alles das, was im Umfeld passiert, bevor ein Verhalten eintritt. Das heißt, alles, was wir einrichten, sodass ein bestimmtes Verhalten auftritt, egal ob wir wollen, dass dieses Verhalten häufiger, weniger häufig auftritt oder sich verändert. Das erste, was wir machen müssen, ist, was passiert vorher, was passiert bei der Antezedenz. Also, das betrifft, wie gesagt, alles, was vor einem Verhalten passiert. Alles, was Sie sehen können, berühren können, riechen können, schmecken können, all das würde zur Antezedenz gehören. Wenn das irgendwie mit den Sinnen Ihres Kindes zusammenhängt, dann ist es Teil des Umfeldes Ihres Kindes. Jetzt sitzen wir hier in einem Saal mit Beleuchtung, mit einer Leinwand, dann mit einem Sprecher, es gibt Ausgänge und Stühle und Tische. All das sind auch Antezedenzen für bestimmte Verhaltensentscheidungen, die Sie treffen können. Viele von Ihnen haben gerade Blickkontakt zu mir, aber das könnte ich ganz schnell verändern. Ich könnte das Licht ausscheiden. Dann wirkt sich das aus, auf Ihre Fähigkeit mit mir, Kontakt aufzunehmen. Oder ich drehe mich um. Dann können Sie Po-Kontakt mit mir aufnehmen. Aber kein Blickkontakt, das wäre eine Veränderung. Das ist der Zustand der Antezedenz. Und als ich heute Morgen vor Sie hingetreten bin und Ihnen das hier präsentiert habe, Das war auch ein Zustand der Antezedenz. Es war ein Veränderung in Ihrem Umfeld, etwas in Ihrem Umfeld verändert hat, bevor Sie sich entschieden haben, irgendetwas zu tun. Der zweite Bestandteil des ABC-Paradigmas ist das Verhalten selbst. Verhalten ist eine Aktion, eine Bewegung, irgendetwas, was das Kind unternehmen könnte. Und wir haben natürlich viele Tausende von Verhaltensentscheidungen möglich. Aber als Menschen verhalten wir uns nicht rein zufällig. Und ich würde nicht einfach irgendwie sowas machen. Ich könnte das, natürlich. Aber ich mache das nicht. Mein Verhalten ist ziemlich stark bestimmt durch die Antezedenz und die Konsequenz. Und die dritte Kategorie, über die wir sprechen, nennt sich Konsequenz. Konsequenzen sind alles, was im Umfeld sich verändert, nachdem das Verhalten auftritt. Das heißt, wenn wir auf ein bestimmtes Verhalten bei Ihrem Kind einwirken wollen, dann müssen wir das Andere verändern. Die beiden Dinge, die wir beherzigen müssen, dass wir die beste Möglichkeit finden, auf die Antezedenz einzuwirken und die beste Möglichkeit finden, auf die Konsequenz einzuwirken. Wenn wir das hier und das hier kontrollieren, dann kann Ihr Kind sich so entscheiden, wie wir das von ihm erwarten. Das heißt nicht, dass wir das Kind irgendwie zwingen, sich zu entscheiden. Mit unserem Ansatz ist das nicht vereinbar, sondern die Möglichkeiten, sich zu entscheiden, bleiben ganz und gar bei dem Kind. Das Kind kann sich also frei entscheiden. Aber wir wirken ein auf die Antezedenz und auf die Konsequenz. Denn diese bestimmen letztlich die Verhaltensentscheidungen, die jeder Mensch trifft. Das Erste, über das ich sprechen möchte, ist die Konsequenz. Wenn jemand in unseren Zusammenhängen von Konsequenz spricht, dann ist es immer das, was nach dem Verhalten auftritt. Es gibt nur drei Prinzipien, über die wir uns Gedanken machen müssen. Das Erste ist Verstärkung. Und der Verstärkung ist das führende Prinzip, was wir bei ABA ansetzen. Und folgendes hat sich als wahr herausgestellt, alles, was nach einem Verhalten passiert und das dazu führt, dass dieses Verhalten in Zukunft häufiger auftritt, is to be considered a reinforcer for that behavior. Nennen wir einen Verstärker für das betreffende Verhalten. Also was ist ein Verstärker? Alles, was nach einem Verhalten auftritt und dazu führt, dass dieses Verhalten in Zukunft wieder häufig unter den gleichen Bedingungen, ähnlichen Bedingungen auftritt. Wenn wir also Unterricht gestalten bei ABA, dann haben wir nur die Möglichkeit, uns auf Verstärkung zu konzentrieren. Und warum ist das so? Wenn das Verhalten häufiger auftreten soll, dann ist es ja ein Verstärker, den wir angesetzt haben. Das heißt, wenn ich Verhalten häufiger sehen will, was muss ich machen? Ich muss dieses Verhalten verstärken. Das sind die Prinzipien, wie sie festgelegt sind. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Das heißt, wenn wir uns vergegenwärtigen, was Verstärkung bedeutet, dann ist das genau genommen nicht, dass wir dem Kind einen Bonbon geben. Schon längst nicht bedeutet das, wenn du das machst, dann bekommst du das dafür. Das wäre Bestärkung. Manchmal wird das verwechselt. Also Verstärkung und Bestärkung wird verwechselt. Warum ist eine Bestärkung, aber keine Verstärkung? Wenn du dir die Nase anfängst, dann bekommst du ein Bonbon. Warum ist das keine Verstärkung? Weil er versetzbar ist. Das Bonbon kann ja alles machen. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Was ich gesagt habe. Das Wort kann nicht für alles. Es ist nichts, du kannst dafür arbeiten, weil du das selbst machen kannst. Ich übersetze das mal nicht. Ich versetze das mal nicht. Ich bringe gleich dazu. Was Sie gesagt haben, stimmt. Aber der wichtigste Aspekt hierbei ist, dass eine Bestärkung vor dem Verhalten passiert. Das machen Sie vor einem Verhalten. Aber das ist nicht das, was wir von Ihnen erwarten. Wir möchten keine Bestärkung machen. sondern wir konzentrieren uns auf Motivatoren. Und eine Bestärkung ist eine Form von Motivation. Aber die Leute, die denken, dass die Verstärkung benutzt wird, die Verstärkung benutzt, sind komplett verstanden. Wer Verstärkung mit Bestärkung verwechselt, hat nicht das richtige Verständnis. Verstärkung passiert immer nur dann, wenn das Verhalten schon da ist. Und ich habe ja dieses Beispiel hier verwendet, da war ein Herr, der hat den Mittleren berührt, und als er das gemacht hat, war das Betreffende Verheißen. Die Antizidenz war die Tatsache, dass ich hier vor ihm stand und habe seine Hand dorthin geführt. Als er das hier berührt hat, wenn ich dann weggegangen wäre, dann hätte kein Lernvorgang stattgefunden. Denn der Herr hätte nicht mit höherer Wahrscheinlichkeit dieses Verhalten wieder gemacht. Das heißt also, tun ist nicht lernen. Lernen ist etwas zu tun und damit geht dann ein Herr eine Form von Verstärkung. Wenn auch das Verhalten keine Verstärkung folgt, dann trennt das Verhalten nicht häufiger auf. Das heißt auch, dass alles das, was wir normalerweise im Alltag machen, irgendwie verstärkt werden muss. Vielleicht habe ich gerade etwas und ich mache das hier. Und das fühlte sich ein bisschen besser an. Ich mache das vielleicht häufiger dann. Aber wenn ich hier vor Ihnen stehe und das hier mache, dann denken Sie, was macht der denn? Und dann differenziere ich. Ich habe zwar Rückenschmerzen und wenn ich das in einer privaten Situation habe, dann mache ich vielleicht das, weil es etwas Erleichterung bringt, als Verstellung. Aber wenn ich in einer öffentlichen Situation diese Rückenschmerzen habe, dann entscheide ich mich, das zu tun oder auch nicht zu tun. Jetzt habe ich wieder Sprechungen mit dem Wettbewerb stehenden Verstärker oder Konsequenzen. Ich habe einmal die Verstärkung, dass der Schmerz etwas gelindert. Aber ich habe auch eine positive Bestrafung durch soziales Missverhältnis. Das heißt, mein Verhalten ändert sich, je nachdem, wie die Antizidenz aussieht. Auch wenn dann zum Beispiel der Schmerz stark genug wird, dann würde ich vielleicht immer noch eine komische Bewegung machen. Aber vielleicht gerade dann, wenn jemand nicht hinguckt. Oder ich sage, ach, schauen Sie mal dahin. Dann würde ich also verschiedene Verhaltensweisen ausprobieren. Aber alles, was ich mache, jede Verhaltensentscheidung ist in Verbindung beziehungsweise wird bestimmt durch die Antizidenz und die Konsequenz. Die Antizidenzen kontrollieren das, was ich jetzt gerade mache. Und die Konsequenzen bestimmen darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass ich das gleiche Verhalten wieder ausprobiere. Wenn Sie mit einem Lehrer sprechen und der würde Ihnen sagen, Verstärkung, das setze ich nicht ein. Was diese Lehrperson dann in Wirklichkeit sagt, ist, dass sie keine Verständnis für Verstärkung hat. Denn wenn das Kind in die Klasse kommt und sich hinsetzt und sich an Anleitungen hält, dann ist es so, dass man Verstärkung benutzt. Irgendetwas führt ja dazu, dass das Kind sich verhält. Und der Unterschied zwischen diesem Lehrer und mir wäre der oder be able to figure out what that Reinforcer is. Ich kann erkennen, worin besteht denn die Verständnis. Und der andere hätte kein Verständnis dafür. Das heißt, solange das Kind lernt, haben wir kein Problem. Aber wenn das Kind in eine Klasse mit einem Kind nicht lernt, aber wenn sie jetzt diesen Lehrer konfrontieren mit einem Kind, das nicht lernt, sich nicht hinsetzt, nicht aufpasst, sich nicht an Anweisungen hält und wenn sie dann fragen würden, wie können sie denn erreichen, dass das Kind sich hinsetzt, dass es mitmacht. Wenn man dann sagt, darauf antwortet, man setzt keine Verständnis ein, dann stimmt das entweder nicht, weil es eine Verstärkung dafür gibt, was das Kind jetzt gerade im Augenblick macht. Oder wenn man wirklich keine Verstärkung einsetzt, dann würde das Verhalten sich nicht ändern. Also nochmal, Verhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit, Verstärkung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten erneut auftritt. Alles, was das Kind im Augenblick nicht macht und wovon wir erwarten, dass das Kind es in Zukunft tun soll, muss also erst mal verstärkt werden. Wenn wir also Sprachfähigkeiten häufiger sehen wollen, verbessern wollen, wenn wir häufiger Blickkontakt sehen wollen, dann müssen wir es verstärken. Es gibt aber auch Situationen, wo wir ein bestimmtes Verhalten nicht versterben wollen. Und da haben wir jetzt die anderen zwei Bestandteile. Eines ist die Bestrafung. Und das ist alles, was nach einem Verhalten passiert und dazu führt, dass das Verhalten in Zukunft weniger häufig auftritt. Das nennen wir Bestrafung. Das heißt, das Kind würde sich auf eine bestimmte Art verhalten und nach Ihrer Einschätzung ist das Verhalten gefährlich oder unangemessen. Dann können Sie das Verhalten bestrafen. Es gibt da einen Unterschied zwischen dem ABA-Ansatz und dem Verständnis der Bestrafung oder was wir im Alltagssprachgebrauch als Bestrafung verstehen. Bei ABA bedeutet es, bezieht es sich nur auf eine Verhaltensentscheidung. Denn wir bestrafen ein Verhalten. Es geht nicht darum, das Kind zu bestrafen. Wenn das Kind sie schlägt und Sie würden sagen, das reicht jetzt, geh auf dein Zimmer. Ich bin ehrlich und jetzt bestrafe ich dich, weil du das jetzt gemacht hast und jetzt darfst du für die nächste Stunde dein Zimmer nicht verlassen. Das wäre keine wissenschaftliche Art von Bestrafung. Es könnte keine Bestrafung sein, auch wissenschaftlich. Es könnte dazu führen, dass das Kind nicht mehr so stark schlägt. und so eine Auszeit nach einem unangemessenen Verhalten des Kindes könnte eine effektive Möglichkeit sein. Aber was wäre, wenn das Kind sie schlägt und es möchte in Wirklichkeit alleine gelassen werden? oder was wäre, wenn das Kind erreichen möchte, dass sie sich ärgern? Schlägt sie das Kind, sie ärgern sich und sie schicken das Kind auf sein Zimmer. Das heißt, das Kind konnte erreichen, dass sie ärgerlich sind und das Kind konnte erreichen, dass es alleine gelassen wird. Ist das eine Bestrafung? In dieser Situation, nein. Und wie wissen wir das? In zukünftigen Situationen, die ähnlich sind, würde das Kind häufiger schlagen oder weniger häufig schlagen? Wenn unsere Datenaufzeichnung uns verrät, dass das Kind sehr häufig oder immer häufiger schlägt, dann ist es so auf der Grundlage der Prinzipien wissenschaftlich betrachtet, war das so, dass ihre Entscheidung, sich aufzuregen und das Kind wegzuschicken, eine Verstärkung für das Verhalten des Kindes war. Ist das deutlich? Wenn das Kind weniger häufig schlägt, dann könnte man sagen, wenn man jetzt das häufig genug durchlebt hat und feststellen kann, dass das Verhalten weniger häufig aufdrückt, dann wäre es so, dass unsere Aufbringung und sein Ärger beziehungsweise dass wir das Kind auf sein Zimmer schenken eine Bestrafung für dieses besondere Verhalten des Schlagens war. Ich muss also rauskriegen, was war das denn? Was? Mein Ärger, der sich am meisten ausgewirkt hat oder war es die Tatsache, dass ich das Kind aufs Zimmer geschickt habe? Und damit können wir experimentieren. Wir können nur uns aufreden nach dem das Kind geschlagen hat und schreien. oder wir versuchen ganz ruhig zu sein und das Kind aufs Zimmer zu schicken. Wir können dann erkennen, was hat denn eine stärkere Auswirkung auf das Verhalten des Kindes. Es kann auch sein, dass beides sich auswirkt und wenn dann der gewünschte Effekt antritt, können wir das aufnehmen in unserem Programm. Aber wir müssen da einige Dinge beachten beim Thema Bestrafung. Es gibt da negative Aspekte bei der Bestrafung. Denn wenn wir ein Verhalten bestrafen, dann sind wir häufig in der Position des Bestrafenden. Ich nehme mal dieses Beispiel. Ich komme zu Ihnen und jedes Mal, wenn Sie den mittleren Zungenspatel berühren, sage ich, gut gemacht. und jedes Mal, wenn Sie den hier berühren, schlage ich Sie ins Gesicht. Das könnte eine Beschreibung sein. Und die einzige Art, wie wir das rauskriegen, ist, ich würde das ein paar Mal machen und es würde weniger häufig auftreten, das Verhalten. Aber wenn ich jetzt hier weitergehen würde und immer jemanden schlagen würde, was würden dann die Nächsten machen, zu denen, in deren Nähe ich komme? Die verhalten sich so, dass sie dieser Antizidenz ausweichen. die schauen mich nicht mehr an, vielleicht stehen sie auf und gehen weg oder verlassen den Saar. Oder haben sie eine Abwehrhaltung. Das ist ja nicht das, was ich als Lehrer erreichen möchte, sondern ich möchte ja, dass das Kind doch nicht zukommt. Und nehmen wir mal an, ich komme hier zu Ihnen und gebe 20 Euro Scheine aus. Was würde dann eventuell passieren? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das genaue Gegenteil. Ein guter Blickkontakt, Aufmerksamkeit. Vielleicht bilden sie eine Schlange. Aber Deutsche sind nicht sehr gut dabei, eine Schlange zu bilden. Das habe ich gelernt. Aber da würden sie jetzt mitmachen wollen. Und als Lehrer, was möchten wir natürlich? eine Position haben, wo die Kinder gerne mitmachen. Wenn ich positive Versterbung einsetze, und was auch immer das jetzt für ihr Kind bedeutet, das kann eine Umarmung sein, das kann ein Spielzeug sein, mit dem das Kind spielen darf, es kann irgendein lustiges Spiel sein, das hängt vom Kind ab. Wenn ich das gebe, 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 dann kommt das Kind auf mich zu und ich bin in einer besseren Unterrichtsposition. Wenn ich Verhalten immer wieder bestrafen würde, dann würde das Kind ausreichen. Secondarily, wenn das Kind das und ich schlage das Kind, dann würde das dem Kind signalisieren, was es nicht tun soll. Und dann kann es den anderen Äußeren nehmen und bekommt Widerschläge. Dann nimmt das Kind alle drei und bekommt Widerschläge. Und ich kann das Verhalten zwar bestrafen, aber viel effektiver ist es, wenn ich eine Verstärkung anbiete für die richtige Verhaltensentscheidung. Es gibt verschiedene Arten von Verstärkung und es gibt verschiedene Arten der Bestrafung und es gibt da bessere und schlechtere Arten. Wir empfehlen positive Verstärkung, das ist besser als negative Verstärkung. Unser Programm konzentriert sich auf negative Bestrafung anstelle von positiver Bestrafung. unserem Workshop 2 haben wir mehr Zeit zu erklären die Unterschiede. gehen genauer darauf ein, was diese verschiedenen Arten von Bestrafung und Verstärkung sind. Wenn wir mit und entscheiden mehr erfahren möchten, dann gehen wir genauer darauf ein. Die dritte Konsequenz, die wir verstehen müssen, ist Löschung. Löschung ist ein Zustand, in dem ein vormals verstärktes Verhalten nicht weiter verstärkt wird. Das ist ja prima. Das heißt, ich muss gar nicht ein Verhalten bestrafen, sondern es reicht schon, dass ich verstehe, was wirkt verstärkend im Umfeld und nehme das weg. Ein Beispiel dafür. Die Mutter telefoniert und das Kind sagt Mama, Mama und Mama ignoriert das und unterhält sich weiter und das Kind beißt die Mutter. Und die Mutter sagt, Mama, ich muss das Gespräch beenden und legt auf und sagt, hör auf damit. Und das Kind sagt, ich habe aber Hunger, gib mir was zu essen. Ja, und dann beiß nicht mit mich, sondern wir essen was. Wenn das Kind in solchen Situationen beißt, dann signalisiert sie uns das, dass diese Situation, die Mutter ist am Telefon, das Kind beißt, dass irgendetwas das Verhalten dieses Kindes verstärkt. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich so lange warte, bis das Kind beißt und würde dann das Kind schlagen und sagen, hör auf. Das heißt, ich muss das Beißen nicht bestrafen. Ich schaue mir genau an, was wirkt denn verstärkend für dieses Beißen. dass ich aufhöre mit dem Telefonieren, dass ich dem Kind Aufmerksamkeit gebe an dieser Stelle. Wenn ich der Mutter also in so einer Situation beibringe, wie sie sich selbst schützen kann gegen das Beißen nach Möglichkeit weiter telefoniert, aber in ein anderes Zimmer geht oder so lange wartet, bis das Kind sich beruhigt und etwas angemesseneres macht dann auflegt und sagt, du sitzt da ganz brav, was kann ich denn jetzt tun? Also verschiedene Dinge, die wir da sehen können. Dann können wir das Verhalten des Beißens weniger häufig haben. Das heißt, wir strafen nicht das Verhalten des Beißens, sondern wir nehmen die Verstärkung weg. Und wir erinnern uns, ich hatte ja gesagt, alles, was das Kind macht, wird gegenwärtig verstärkt. Das heißt, wenn das Kind sie beißt, ist die Wahrheit, dass dieses Beißen durch irgendetwas verstärkt wird. Vielleicht machen sie das nicht absichtlich, aber sie verstärken dieses Verhalten. Wenn das Kind sich selbst schlägt, dann ist auch da etwas Verstärkendes. Das heißt nicht unbedingt, dass sie das verstärken. Denn sich selbst zu schlagen kann auch eine selbst verstärkende Aktion sein. Auch darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, nämlich auf die Zweckausrichtung der verschiedenen Verhaltensweisen. Im Moment reicht es, dass wir drei verschiedenen Konsequenzen verstehen, wenn wir die ganz umfänglich verstanden haben, wenn wir kreativ auf das Umfeld einwirken, überlegen, wenn wir uns ganz analytisch überlegen, was genau wirkt verstärkt in einer bestimmten Situation, dann können wir sie in die Situation bringen, dass sie das Verhalten sehen und es nicht mehr länger verstärken. Und wir bringen dann die Lehrer, die Lehrpersonen ins Spiel und die Erzieher, die das genauso machen. Wenn ein Verhalten durchgängig, nachhaltig, nicht weiter verstärkt wird, tritt es nicht mehr auf. Manchmal kommt es zurück, aber das heißt, dass es dann verstärkt wurde. Zweit, wir müssen noch auf etwas zusätzliches achten. Zusätzlich zur Löschung des ungewünschten Verhaltens müssen wir alternative Verhaltensweisen verstärken. Andere Verhaltensweisen entscheiden, die dem Kind das einbringen, was es eigentlich erreichen möchte und zwar auch noch auf bessere Weise. Das Kind soll verstehen, dass wenn die Mutter telefoniert, dass ich sagen kann, ich könnte meine Mutter weisen oder ich sage, Mama, aber spielt weiter. Und das Kind soll wissen, wenn es weist, bekommt es nicht das, was es haben möchte. Wenn ich aber sage, Mama und ich hinsetze, dass ich dann das bekomme, was ich haben möchte, dann kommt die Mutter auf zu telefonieren und unterhält sich mit mir. Das soll das Kind denken. machen. Was möchte ich erreichen? Aber wenn sie immer fällt, nicht darauf achten würden, dass das Beißen zu keiner ganze fängt, dann passiert es nicht so. Das heißt, es geht nicht um eine Wunderpille. Es ist auch nicht alles ganz einfach. Die Konzepte sind aber klar, die stehen fest. Die Prinzipien verändern sich nicht, aber die Anstrengung ist täglich darauf zu achten, dass die Antizidenzen gefolgt werden von richtigem Verhalten und dass dann dieses angemessene Verhalten versterbt wird. Und wenn das Verhalten nicht angemessen ist, dann wird es nicht verstärkt. Dann setzen wir Löschung ein oder falls erforderlich Bestrafung Bestrafung des Verhaltens. Das heißt, wir würden zum Beispiel ein Spielzeug wegnehmen. Wenn du schlägst, dann darfst du das nicht länger haben. Das wäre eine ziemlich nützliche Bestrafung. Kind dieses Spielzeug haben möchte und ich das Spielzeug wegnehme und dann sagt das Mist, was ist jetzt passiert? Ich hätte was anderes machen sollen. Und auch hier funktioniert wieder unser Dreischritt. und was kommt noch dazu? Weil wir das Spielzeug haben, was muss das Kind machen, damit es das Spielzeug zurückbekommt? Es muss auf uns zukommen. Das Kind versucht also rauszukriegen, was muss ich machen, wie muss ich interagieren, damit ich es zurückkomme? Wie kriege ich das Spielzeug zurück? Was muss ich tun? Und das ist eine Unterrichtsgelegenheit. Es gibt auch etwas, das nennen wir Löschungstrotz. Und darüber sprechen wir auch noch, wenn es um die Unterrichtskontrolle geht. Löschungstrotz. Löschungsausbruch. Löschungsausbruch. Die deutsche Gemeinschaft, ABA-Gemeinschaft. Da haben wir uns auch mal Veränderungen in den offiziellen Übersetzungen, Veränderungen in Bedeutungen diskutiert. Und das hätte ich dir sagen sollen. Aber wir verwenden jetzt den Begriff, den früheren Begriff Löschungstrotz, den nennen wir jetzt Löschungsausbruch. Was ist ein Löschungsausbruch? Das ist eine Zeitspanne, nachdem ein Verhalten, was auf Löschung gesetzt wird, vorübergehend sich verstärkt, bevor es dann abnimmt. ein Verhalten löschen will, dann verstärkt es in der Erspann vorübergehend. Das Kind probiert noch mehr. Oder das Kind probiert es auf andere Art und Weise. Das Kind versucht etwas anderes, was zu seinem Repertoire gehört, um das zu erreichen, was es haben möchte. Und darauf, auf diesen Löschungsausbruch müssen wir vorbereitet sein. Das passiert nämlich ganz bestimmt. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann könnte man aus Versehen ein ungewünschtes Verhalten noch weiter verstärken. Das heißt, wenn das Kind Mama sagt und dann Mama, 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 wenn sie das löschen wollen und das Kind sagt lauter wenn sie das löschen wollen und dann wirft das Kind vielleicht eine Pflanze rum und dann sagen ach du heilige Scheiße und sie heben es wieder auf was machen sie dann genau ? Sie bringen ihr Kind bei, dass es die Pflanze umwirft und werfen soll und dann bekommt es die Aufmerksamkeit. Und auf diese Weise können Kinder, die sehr liebenswürdig sind, sehr brav sind, Kinder mit Autismus im Alter von zwei oder drei sehr schwierig werden, wenn sie das Alter von vier oder fünf erreichen. Denn sie verwenden alle Löschung, auf ganz natürliche Art und Weise verwenden sie immer Löschung, egal ob sie sich darüber bewusst sind oder nicht. Das Problem ist allerdings, weil sie sich der Prinzipien und Zusammenhänge nicht voll bewusst sind, kann es sein, dass das Kind sich so schlimm verhält, dass sie irgendwann nachgeben. Aber dann ist das Verhalten, bei dem sie nachgeben, das neue Verhalten des Kindes, was sie gerade verstärken. Das gehört auch zum Lernen dazu. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Motivationen der Kinder so unterschiedlich sein können und so stark sind. da wir manchmal meinen, wir hätten keine andere Wahl als das sehr problematische Verhalten auch wieder zu versterben. Das Kind hat sich selbst geschlagen, da musste ich ihm doch das jetzt geben. Das Kind hat versucht zu beißen, also musste ich es in Ruhe lassen. Diese schwierigen, aggressiven Verhaltensweisen sind meiner Meinung nach noch nicht mal ein natürliches Verhalten bei Autismus, sondern ich glaube, das wird langsam zum Repertoire eines Kindes, was eine ganz starke, aber andersartige Motivation hat als andere Kinder. Wenn man diese Motivation in einer normalen Familienumgebung hat, dann kann das so passieren. Aber das Gute ist, je besser wir die Prinzipien verstehen, desto besser können wir solche Dinge unterdrücken. Oder wir können es sogar umkehren, wenn es passiert. Was kann man bei einem Kind machen, das sehr hyperaktiv ist, immer herumläuft, 12 Stunden, back and forth. Wie kann man dafür sorgen, dass das Kind langsamer wird, dass es innen hält, aufpasst, und Blickvertrakt aufnimmt. Die allgemeine Antwort darauf lautet, versuchen Sie herauszufinden, was möchte das Kind machen. Und sorgen Sie dafür, dass das, was das Kind gerne machen möchte, nur dann verfügbar ist, wenn das Kind langsamer wird, wenn es anfängt, sich zu konzentrieren, was ich versuche zu sagen, und ich muss das hier in diesem Rahmen allgemein machen, weil ich Ihr Kind im besonderen jetzt nicht kenne, ist, dass etwas, was Ihr Kind gerne macht, und das kann irgendwas sein, was auch immer das sein mag, egal, ob das einfach nur 24 Stunden lang hin- und herlaufen ist, dann beginnen wir mit der Verfügbarkeit dieser Aktivität, die das Kind gerne macht. Wir können da eine Verbindung herstellen zwischen dem Laufen und irgendwas anderem, zum Beispiel Musik. Während das Kind hin- und herläuft, könnten wir zum Beispiel mitlaufen, wir könnten Musik dabei haben. Wenn das Kind sich unangemessen verhält, schirmen wir diese Tätigkeit ab und die Musik aus dem Zimmer raus. Und wenn das Kind aufmerksam ist und sich an eine Anleitung hält, dann geht es weiter. Wenn wir Musik mit der Lieblingsbeschäftigung des Kindes in Verbindung bringen, dann könnte das Kind lernen, dass es gerne Musik mag. Das sind die Prinzipien, die wir gleich noch ansprechen. Pairing ist eins davon. Und das Kind sagt vielleicht, ich möchte Musik hören, während ich laufen. Oder eventuell zeigt er es auch nur, ohne es zu sagen. Und ich möchte das zu Ende bringen. gehen, dass das Kind versteht, dass Musik eine Verstärkung ist und sich irgendwann bereit ist, sich hinzusetzen und Musik hören zu wollen. Jetzt kann man dem Kind sagen, du darfst laufen, ich laufe mit oder wir hören Musik zusammen und setzen uns hin. Und das Kind entscheidet sich, sich hinzusetzen, weil es Musik hören möchte. Und wenn das Kind dann sich anders entscheidet, stellen sie die Musik ab. jetzt läuft das Kind hin und sagt, ich möchte aber gerne Musik hören. Dann kommt das Kind zu ihm, will die Musik hören und sagen, ja gut, es setzt sich hin. Es setzt sich hin, dann geht die Musik an. Das Kind entscheidet sich vielleicht, ein bisschen länger sitzen zu bleiben. Jetzt sitzt das Kind, jetzt haben sie die Möglichkeit zur Interaktion. Und wenn das Kind irgendetwas macht, was sehr gut ist, dann hört das Kind Musik und darf gleichzeitig laufen. Dann laufen sie wieder zusammen. Die bottom line ist, ich weiß noch nicht genau, was ihr Kind braucht. Wenn ich drei Stunden habe, dann kann ich rauskriegen, was braucht ihr Kind. Und ich kann ihnen beibringen, wie sie damit arbeiten. es gibt Kinder, die beschäftigen sich gerne mit Stöcken und die wollen die so hin und her bewegen. Und wir finden raus, was mögen die Kinder daran? an, vielleicht, wenn sie ein größeres Stock haben. Oder einen schwereren, oder etwas, woran etwas anderes befestigt ist, was sich dreht. oder vielleicht so ein Gerät oder Spielzeug was vibriert. Jetzt wissen wir, dass wir vier bis fünf verschiedene Gegenstände haben, mit denen es auch sich beschäftigt. Dann können wir diese Gegenstände einsetzen als Verstärker für ganz einfache Verhaltensweisen. Und was wir dann genau einsetzen ist bei jeder Familie ganz unterschiedlich. Worum es aber geht, ist, dass wir genau erkennen, was möchte das Kind gerne machen und zwar über den Tag verteilt und wir können das einbauen in den Unterhandel.